Ja, also das war ein Showtime bei beiden Spielen, wo es einfach immer eine extra Hand in den Rücken war. Und ja, jetzt müssen wir in Spur bleiben und brauchen wir die Fans. Die Unterstützung, die die letzten beiden Spiele war, war überragend. Und das ist immer eine super Motivation für uns, wenn man auf dem Spielfeld läuft und alle die Fans hört. Das ist einfach eine riesige und geile Atmosphäre. Also das Hinspiel war ein richtig schlechtes Spiel von unserer Seite und das möchten wir natürlich auch ändern. Und dann Tageabwehr, aggressiv und dann sollen wir einfach mehr laufen und das glauben wir auch, dass es jetzt kommt. Ich finde, wir haben richtig guten Tempo in unser Spiel bekommen, in die letzten paar Spiele. Und das sollen wir einfach weiter machen.